Schmeckt genau so scheiße wie schon. Wir haben gewettet, dass er mir gut schmeckt. Nicht, dass er mir weniger scheiße schmeckt. Dieses Buch ist geflucht! Das ist Teufelswerk! Wovon redest du? Was hast du gedacht? Pass das Ding nicht an! Lies das nicht, glaub mir! Ist doch ein netter Laden! Nette Leute, alles schön ruhig! Alles schön ruhig! Und ich hab eben Bock aufs Töner gehabt! Ja, dann hau rein! Pan, jetzt mag ich nicht mehr! Javid, warum? Weil ich jetzt dünnschiss... Bist du uns im Kopf ab! Kommt dieses Bekanfermann? Was wollt ihr? Wo ist er? Wir haben den Dreh! Stille! Buch! Gefunden! Halt die Fresse! Ich schreibe mit meiner Freizeit Drehbücher als Hobby für Filme! Seht da ein bisschen Karies! Ja! Klar, Rafa! Nein, halt! Ich schwöre bei Gott, ich hab euch noch nie in meinem Leben gesehen! Nur in meiner Vorstellung, das ist die Wahrheit! Bon! Wir haben's nicht anders verdient! Alles hat seinen Sinn, nichts ist Zufall! Es liegt immer nur Tun des Menschen, sich gegenseitig zu zerstören! Wir wollen dir einen Offer machen! What Offer? To kill someone for money! Ich lass unser Leben nicht von einem Scheiß-Drehbuch bestimmen! In dem Buch steht, dass Eliana weiterhin irgendwelche kranken Bastarde anheuert, um uns Platz zu machen! Wir machen gegen Aufpreis auch Krankenschütten, Foltern und Souvenirs von Kopf bis Fuß! Das könnt ihr dann nie ertragen! Ich wäre gerne dabei! Wer ist diese Eliana und was ist ihr Scheiß-Problem? Wer hat dir eigentlich in deinen Kopf gekackt? Ich habe inzwischen ein komplett neues Ende geschrieben! Und das ist wirklich sehr, sehr gut! Willst du damit sagen, dass wir jetzt diesen bekloppten Elektro-Vogel an der Bakke haben? Du musst doch was überspringen, sonst kommen wir da nicht weiter! Wie aus dem Nichts kommt plötzlich ein Kerl mit einer schweinermattige... Fick dir! Was ist das für eine Scheiße? Alter, das fickt meinen Kopf! Juhansöhne, Ruhe! Fuck, 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 was ist das? Oh, this is amazing! Alter, wenn das verfilmt wird, wird das der behindertste Film, den es je gegeben hat! Ich weiß jetzt schon, was ihr gleich sagen wird! Tata, tata, tata!